Herzlich Willkommen und Hallo zu Let's Play Arcania Ich fang nicht viel, ich fang an Ich fang ein neues Spiel an Und ich hab's mir bis jetzt nur leicht angezockt Ich mach mal auf leicht, ne Ihr wollt's ja mal nicht übertreiben Mitland Brandte Denn Probe derzeit Scheiße, was ist das? Seine Krone war an einen Streiter Innos übergegangen Der sich Roba der Dritte nannte Und geschworen hatte Das zerfallene Reich zu vereinen Das Schicksal Schien auf seiner Seite zu stehen Denn schon bald hatte Roba der Dritte Den gesamten Kontinent erobert Doch als er in See stach Um auch die südlichen Inseln zurückzuerobern Legte sich ein Schatten Über den König und verfinsterte Seinen Geist Und als seine Truppen Die Insel Argan erreicht Und Sorniara erobert hatten War es als wäre Robas Geist Nur mehr eine flackernde Kerze In tiefster Dunkelheit Das Amulett Ich Wir müssen kämpfen 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 Ich bin mir nicht ganz sicher Ich habe auch keinen Plan Wie lange ich jetzt aufnehme Ich werde jetzt einfach So lange aufnehmen Bis sich ein gutes Ende finden lässt Mein König Ich bringe schlechte Neuigkeiten Das kann doch nicht sein Die Flotte Die wir in Zeit Er ist so lange 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 Ich brauche Ruhe Die täglichen Probleme Eines Königs es ist dunkel ja ich meinte also hier kein bisschen wofür bin ich hier es ist hier nur eine vision oder was E drücken ok das krieg ich gerade noch so hin scheiße bist Viecher oh nein widerlich ich fand ziemlich widerlich diese Viecher in der Höhe ich sehe da und da ist jemand ich weiß ja mein Hauswort ich sag deiner Mami, dass du sonst böse warst Scheiße, wie fre ich das denn lebt mich denn es ist eine dumme Situation hier passt doch auf ich glaube ich habe unendlich leben gerade ist jedenfalls ziemlich cool und hat leicht so einen Elbtraum Charakter oh das ist doch kein das hat für mich einen ziemlichen Elbtraum Charakter das ist doch hier ein Elbtraum alles und wird das jetzt rot oh da bist du denn das ist ein Missionär, habe ich recht? oh 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 das ist übel ja jetzt raus ist der in der Situation ja ja Kann man nur lachen, während man stirbt, ey. Ich bin gerade in so einer Situation mitten unter der Erde. Da ist es überirdisch. Keine Ahnung. Sieht ja auch Wurzeln. Bäume erkennen hier. Es ist dunkel. Es ist schwierig zu kämpfen, wenn man gar nicht zieht. Ist zumindest meine Rede. Ich weiß nicht, ob ihr kämpfen könntet, wenn es dunkel ist. Aber warte. Boah, wie viel Leben die Apo verlieren. Einmal nach ihm haue. Wo ist hier keiner mehr? Da ist er. Man muss ich seine Augen anstrengen, um das zu sehen. Ist er. Ach, das war ein Treffer. Okay, und wer bist du hier? Kann es sein, dass du einen ziemlichen Mundgeruch hast. Aus Marsch heraus. Hehehe. Nein, nicht Spaß. Boah, das sieht echt so aus als der Furz der Drache. Ich bin noch nie in die Zähne geputzt. nein Monster Furz hat mich erledigt doch nicht ist doch hier irgendwie Paladine was ist denn ein Paladin oh scheint so einer Marke zu sein oh oh fuck man, ich weiß Feuer hier ich bin irgendwas gegen solche Zauberer nicht dass ich irgendwie Zauberer diskriminiere, aber du bist kein Zauberer, du bist eine Nervensäge und du bist ein nerviger Ritter und du bist ein nerviger Paladin hier geht's glaube ich weiter also ich einfach mal durchrushen durchrennen scheiß das war ne Falle nein in so einem Albtraum man sieht überhaupt nicht was gegen was man kämpft hier kurz leuchtet noch mal was auf, aber mehr nicht es ist ein kleiner Albtraum hier und die Gegend auf einmal mal her kann es sein, dass dieser Kerl hier sie geschickt hat die Marke kann nicht viel ab, aber machen eine Menge an glaube ich wo 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 das so immer wo 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 du und da wo ist da er hat nur auf die Hälfte weh 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 ich bin verrückt geworden stimmt ist das ein echtes kleine Schäfchen was ich hier verkloppe das ist nur ein möser Albtraum weh wo ist der Nestle dahin Och nö Komm zurück Komm zurück hier wie ein Mann Okay ich denke das ist ein guter Punkt zum Beenden der ersten Folge Tschüss bis zur nächsten Folge Ähm ich sagte tschüss bis zur nächsten Folge Tschüss bis zur nächsten Folge Tschüss